Ihr müsst jetzt ein Wort erraten, was das sein könnte, aber es ist ein schweres Wort. Und es kann alles sein. Es kann eine Blume, ein Flugzeug, ein Auto, ein Mensch, irgendwas sein. Was ist denn ein Level-In? Ein Auto. Ein Pups. Ein Apfel. Eine Apfelsorte vielleicht. Okay, und wenn es ein Name ist, es ist nämlich ein Name. Nase-Pupilz. Was? Nase-Pupilz. Level-In. Wie heißt das nochmal? Level-In. Vielleicht die Lin vom Alf. Die Lin vom Alf? Die Lin vom Alf. Ein Apfel ist es nicht. Oh. Eine Jacke. Ein Schlöses Enkel. Haare. Aufkleber. Vogel. Flugzeug. Ein Mädchen, das singen kann. Ein Mädchen, das singen kann. Ein Junge, der singen kann. Also gut, ihr habt es erraten. Was? Musik. sauEhe You Should be sleeping now Royal skin and bones Far beneath a fair wall on a stone You should sleep by now Hiding from the light Ripped up in a dark and endless night You should be sleeping now Satisfied and all You'd rather go than let us on the wall You should sleep by now Cozy in the cold A figure in a story of the old Now no one could shake Shake you awake You're caught as it seems on the fire And wrong side of a dream Any way, any how You should be sleeping now You're caught as it seems on the light with your power